Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal hier am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online und wir beginnen heute mit diesem Level, der Time Machine von Patrick und das ist das erste Level seiner ersten Staffel, okay, und das hier hat fünf Teile. Na gut, dann schauen wir uns das mal an und es gibt auch eine Story, Bowser hat eine Zeitmaschine gebaut, um in die Vergangenheit zu reisen, damit er die Geburt von Mario verhindern kann. Mario bekommt davon mit und versucht Bowser rechtzeitig zu besiegen. Schaffst du es, Bowser zu besiegen, bevor die Zeit abgelaufen ist? Ich hoffe es doch und, oh, heißt das, wir haben ein Zeitlimit bei den Leveln, was durchaus auch fies ist? Wer weiß, wer weiß, aber auf jeden Fall, ähm, oh, ist das die Zeitmaschine? Auf jeden Fall, vielen, 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 vielen Dank an den ganzen Support der letzten Tage. Das ist unheimlich krass, Mario Maker 2 erscheint bald und, oh mein Gott, ich hab das Gefühl, dieser Kanal, der wird sowas von abgehen. Und ich hab ja auch gestern einen 12-Stunden-Stream gemacht und, ach, du heilige Scheiße, war zwar kein Mario Maker, aber es waren NSMU-Speedruns und dieser Stream, der ging heftig ab und jetzt sind wir mittlerweile auch schon 34.000. Und von daher, ich kann da nur Danke sagen, vielen, vielen lieben Dank an alle, an alle, die da sind, an alle, die mich supporten. Und, ich kann eigentlich jetzt schon mal spoilern, beziehungsweise, das war so ein Gedanke, ne, ich werde wahrscheinlich noch eine finale Staffel von Mario Maker 1 machen. Und da wird es eine große Veränderung geben, ne, einige können sich das vielleicht schon denken, aber ich werd da noch nichts sagen. Ne, 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 aber das wird, das wird auf jeden Fall cool. Ich denke, am Wochenende geht's los und das wird richtig, richtig nice und ich bedanke mich an alle. Das ist, das ist, das ist einfach, das ist einfach nur krass, das ist einfach nur krass. Und wahrscheinlich wird es auch weiterhin, ähm, viele, viele, whoops, Mario Maker Streams geben noch. Mario Maker 1 und dann zu Mario Maker 2. Oh mein Gott, ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Stream erzählt hab oder nicht, aber ich hab, ich hab, ich hab ein bisschen Angst, dass ich nicht alle Level spielen kann, die mir eingesendet werden. Aber wir streamen so lange, da wird jedes Level schon irgendwie gespielt werden, ne. Garantiert, garantiert. Und wir müssen hier das hier auch noch bewältigen. Ich weiß nicht, ob er hier das alles schon fertig gebaut hat, die, die fünf Level. Ich kann's mir nicht so vorstellen und ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch Lust hat, hier Mario Maker 1 Level zu bauen. Wer weiß. Aber, Mario Maker 1 gibt es ja noch für, für knapp vier Monate. Und da genießen wir jeden Moment mit diesem Spiel. Und das hier scheint durchaus tödlich zu sein. Okay, ähm, ja, ich lass mich treffen, oder? Oder, oder so, oder so, perfekt, perfekt. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Und jetzt können wir, ähm, ja, in die Tür. Genau, nicht mehr unten rein, sondern in die Tür. Perfekt. Und das wird, das wird, das wird, das wird. Ah, das wird so eine schöne Zeit. Und das ist so, ist das so, ist das so, ist das so, ist das so ein schönes Gefühl. Auch zu sehen, wie die ganzen Videos in letzter Zeit ankommen. Die ganzen Mario Maker Videos, auch die anderen. Das ist, das ist ultra schön. Und vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und Mario Maker 2 wird diesen Kanal so richtig hypen lassen. Will man, soll ich, soll, soll man zwar eigentlich nicht sagen, ne? Das kann dann durchaus schief gehen, aber ich glaube, mit Mario Maker 2 wird dieser Kanal wirklich präftig abgehen. Und wir tötet jetzt diesen Bowser. Jawohl. Bam. Und bam. Und das war, das war dumm. Ich, warum bin ich hier auf Angriff gegangen? Ich weiß nicht. Oh nein. Oh nein. Ja, super. Checkpoint-System. On its best. Ja, okay. Ähm. Scheiße. Ja, okay. Ich hole mir die Münzen nochmal, komm. Jetzt greife ich ihn mal hier an. Hier kann er eigentlich nichts machen. Und das war ein bisschen blöd mit dem Checkpoint-System. Aber, ja gut, hier kann man ja eigentlich auch fast nicht sterben, wenn man groß ist, oder? Ja, keine Ahnung. Normalerweise sollte man ja die Level immer so bauen, dass man daneben nicht mehr sterben kann nach so einem Checkpoint-System. Aber mal gucken. Wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt danach, wo man sterben kann, dann ist das hier okay. Weil hier in so einem Bowser-Kampf zu sterben ist halt dann schon so ein bisschen blöd. Aber kann passieren. Kann passieren. So leicht ist der nicht. Okay, gut. Das kann passieren. Nein, hier ist das Ziel. Oh shit. Hätte ich ein bisschen nach rechts geguckt, dann hätte ich das vielleicht nicht nochmal eingesammelt. Okay. Aber gut. Dann passt das hier so. Und wir spielen ein weiteres Level. Bis gleich. So, und dann spielen wir dieses finale Castle. Blue X2. Letztes Level. Okay. Und das hat noch niemand geschafft. Und das soll aber nicht so schwer sein. Okay. Aber vier haben es erst betreten. Von daher passt das eigentlich schon, denke ich. Und ja, es ist sein letztes Level. Na gut. Mal gucken. Ob es wirklich sein letztes Level ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das viele jetzt seit der Mario Maker 2 Ankündigung nochmal hier reinschauen in Mario Maker 1 und vielleicht nochmal ein Level bauen oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Und so einfach ist das nicht. Und die Flammen kommen da. Okay. So. Aber zum Glück hatte ich eine Feuerblume am Start. So. Jetzt gucke ich immer, wo ich hinspringe. Und dann passt das schon. So. Und. Ach. Hahaha. Okay. Das sind Trolls, die lustig sind. Das sind Trolls, die lustig sind. Und hier kriege ich den Pilz sowieso. Okay. Okay. Und ich brauche noch eine dritte Böbelcoin. Die ist da oben. Okay. 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 Oh Gott. Ja, unsichtbare Blöcke. Die hätte mich fast umgebrannt. Oh Gott. Und Yoshi und Feuerblume oder Checkpoint. Oh. Ich hasse diese Entscheidungen. Ich hasse diese Entscheidungen. Aber komm. Zwei Powerups sind das. Zwei Powerups, dann nehmen wir den Yoshi. Und ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh Gott. Wie? Jetzt kommt irgend so ein ganz lächerlicher Tod. Aber okay. Und ich glaube, es war... Oh. Gut, dass ich das Powerup genommen habe. Oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Mit... Oh, Yoshi ist das ja hier. Easy. Easy. Oh, da war eine geheime Röhre. Und... Oh Gott. Ich dachte jetzt, mein Yoshi wäre weg. Aber nein. Ach, super. Super. Ja. Ja, da gibt es sogar noch eine Feuerblume, die sich der Yoshi in den Mund stecken kann. Und... Hehehe. Und dann komm ich da raus. Ja, ich komm da noch raus. Okay. Gut. Jetzt dachte ich schon, ich werde wieder getrollt hier. Aber nee. Okay. Und hier ist der nächste Checkpoint. Okay. Das ist ein bisschen komisch von der Checkpoint-Verteilung. Dann wird man gezwungen, einen Propeller-Pilz zu nehmen. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Aber egal. Egal. Das passt schon. Das passt schon. In die Röhren kann ich denke mal nicht gehen. Nee. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja. Wie ist es denn bei euch, die die Mario Maker 1 spielen? Packt ihr... Habt ihr schon nochmal eure Wii U ausgepackt? Und zockt das ein oder andere Level? Oder wartet ihr jetzt wirklich noch komplett, bis Mario Maker 2 rauskommt? Bis ihr dann wieder Mario Maker spielt? Das ist die Frage der Fragen. Und... Ja. Würde mich gerne interessieren. Ich spiele ja sowieso das weiterhin. Und... Ähm... Der Bowser muss die Röhre aufspringen. Sprich... Der Bowser muss wieder zurückkommen. Aber er kommt doch wieder zurück. Okay. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Was ich davon halten soll. Aber gut. So. Der Lakito macht nichts. Okay. So. Jetzt, jetzt, jetzt muss das Feuer aber auch hier passen. Dann noch ein drittes Mal. Das Abwarten wäre ein bisschen blöd. Aber es passt. Es passt. Okay. Bowser! Verzähl ich wieder. Bowser, verzähl ich. Genau. Verzähl ich. So. Nochmal hier. Vom Dach. Einfach einen Panzer schmeißen. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und... Wäre da noch ein Secret gewesen? Nee. Nee. Die Röhre zeigt noch unten. Okay. War auch ein cooles Level. Auch wenn es ein bisschen... Ein bisschen komisch war. Ne? Muss man sagen. Und ich würde sagen, ein kurzes Level geht noch. Bis gleich. So. Dann spielen wir noch wieder so ein Speedrun-Level, würde ich sagen. Okay. Gucken wir mal, was hier abgeht von der Amu. Okay. Weiblich. Mal gucken. Mal schauen. Mal schauen. Wir sind Mega Man. Und es sind nur 20 Sekunden, in Anführungsstrichen. Nur 20 Sekunden. Aber das könnte... Das könnte für mich trotzdem sehr lange werden. Und ich glaube... Ja. Ich brauche hier den Schuh. Okay. Das sieht aber machbar aus. Aber... Ja. Man muss da so komisch... Man muss da so komisch durchspringen. Okay. Mal gucken. Mal gucken. So. Genau. Ich springe jetzt immer bei den Pfeilen. Und set. Okay. Pfeil. Ja. Ja. Das ist ja vorgegeben, wo man springen muss. Sehr gut. Sehr gut. Pfeil. Ja. Sehr gut. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja. 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 Immer schön springen bei den Pfeilen. Und ich glaube, wir machen noch ein Speedrun-Level. Das war doch sehr, sehr kurz, ne? Machen wir das hier noch. Musik-Speedrun von Leo. Männlich. Und der geht doppelt so lange. Okay. Ja. Ist das Zufall. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die es nicht abgesprochen, die Japaner. Aber die Japaner, die bauen eigentlich nur noch solch eine Level. Und... Oh. Okay. Okay. Musik-Speedrun-Level. Das ist doch eine schöne Kombination. Oh yeah. Oh yeah. Nice. Das war doch schön. Ich habe ein bisschen mitgesummt. Und... Oh. Oh, das war doch nochmal ein schönes Speedrun-Level mit Musik. Das ist doch dann nochmal... Das ist doch nochmal etwas... Etwas Besonderes immer. Und das war cool. Und ich hoffe, euch hat der Part auch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr über den Daumen nach oben. Und... Danke fürs Zusehen. Und... Das wird geil. Ich glaube, ich sage das jetzt in jedem Part. Dass Mario Mega 2 geil wird. Und die nächste Zeit allgemein. Auf diesem Kanal. Von daher... Macht's gut. Bis dann. Euer Blöksu und... Tschaui.